Ihre Generali erklärt. Pflegehilfsmittel beantragen? So geht's. Brauchen Sie ein Pflegehilfsmittel? Oder möchten Sie ein Hilfsmittel für eine pflegebedürftige Person beantragen? Egal ob es um einen Rollator geht oder um eine große Investition wie ein Pflegebett. Wichtig ist, rufen Sie uns immer zuerst an. Wir sind Ihr Versicherer und als Ihr Partner beraten wir Sie gerne. In der Regel beantworten Sie uns zuerst ein paar Fragen. Wir prüfen, welche Kosten wir für Sie übernehmen. Hilfsmittel kaufen oder leihen? Auch das besprechen wir gemeinsam am Telefon. Ist es Ihnen nicht möglich anzurufen? Dann können Sie uns schreiben. Wir rufen Sie zurück oder schreiben Ihnen. Das geht einfach über unsere Generali Gesundheits-App. Oder per Post. Oder per E-Mail. Manchmal muss ein Gutachter des medizinischen Dienstes prüfen, ob das Hilfsmittel geeignet ist. Dann schicken wir Ihnen noch ein Formular. Die Erklärung zur Schweigepflichtentbindung. Denn die pflegebedürftige oder bevollmächtigte Person muss einverstanden sein, dass wir die nötigen Daten an den Gutachter übergeben. Nur mit dem unterschriebenen Formular dürfen wir Ihren Antrag weiter bearbeiten. Der Gutachter macht im Anschluss mit Ihnen einen Termin aus. Er prüft dabei, ob das gewünschte Pflegehilfsmittel den Alltag erleichtert. Und berät Sie. Wenn alles passt, geben wir Ihnen Bescheid, welche Kosten wir übernehmen. Sie können das Hilfsmittel dann direkt bestellen. Das geht am einfachsten über uns. Wir haben ein gutes Partnersanitätshaus, das Ihnen alles bequem nach Hause liefert. Vor Ort erklärt Ihnen ein Mitarbeiter dann alles Wichtige. Pflegepersonen sollten am besten bei dem Termin dabei sein. Sie können das Hilfsmittel natürlich auch selbst kaufen. Bitte achten Sie nur darauf, dass das Hilfsmittel eine gültige Pflegehilfsmittelnummer hat. Nur dann können wir die Kosten erstatten. Bitte vergleichen Sie auch vor dem Kauf die Preise. Denn unser Partnersanitätshaus bietet günstige Preise. Maximal diesen Preis erstatten wir Ihnen. Achtung! Wenn Ihr Sanitätshaus teurer ist als unser Partner, müssen Sie den Mehrbetrag selbst zahlen. Immer gilt, rufen Sie uns bei Fragen an. Wir kümmern uns um alle Ihre Anliegen. Ihre Generali